So und damit herzlich willkommen zum neuesten Video auf dem Krypto-Kanal. Ich bin Finn und wir wollen uns heute wieder mit den relevantesten und vor allem interessantesten Themen im Kryptospace beschäftigen. Aktuell ist ja wieder einiges am passieren, deswegen zeige ich euch sofort, um was es geht. Ganz kurz vorneweg, normalerweise sind unsere Videos immer bis 14 Uhr online. Leider kommt das Video heute ein bisschen zu spät, ich hoffe ihr seht es mir nach. Trotzdem schauen wir uns das jetzt natürlich sofort an, um was es heute gehen wird. Erstmal schauen wir uns den 3-Tages-Exponential-Moving-Average an und werden das ein Verhältnis setzen zum MBR-VC-Score und wie das zusammen im Endeffekt ein bisschen voraussagen könnte, wo vielleicht der Boden vor diesem Bärenmarkt ist. Danach schauen wir uns natürlich die Charts an, um nochmal auf den kleineren und mittleren Timetraps herauszufinden, was jetzt aktuell so passieren könnte. Und als letztes geht es dann noch darum, dass gegen Binance, die größte Kryptobörse, jetzt wegen Geldwäsche gegebenenfalls ermittelt wird von der SEC. Und das ist natürlich auch nochmal extrem interessant für die gesamte Industrie, deswegen bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Vorneweg jetzt nochmal ganz kurz ein herzliches Dankeschön an alle Personen, die uns aktuell supporten. Letztes Video wieder 45 Likes bekommen, ein herzliches, herzliches Dankeschön wieder. Wirklich gerne mal wieder versuchen die 40 Likes voll zu machen. Oder schreibt natürlich auch gerne einen netten oder kritischen Kommentar, das unterstützt uns natürlich auch immer. Und für alle Neue sind natürlich gerne Kanalabonnieren, die Glocke aktivieren. Wir sind wie gesagt 365 Tage, normalerweise bis 14 Uhr am Start und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch an. So, in den On-Chain-Daten wollten wir uns jetzt mal anschauen, wie denn aktuell das 3-Day EMA-Ribbon aussieht, also Exponential Moving Average. Und das ist schon ziemlich interessant, denn genau hier können wir wieder sehen, dass das Exponential Moving Average, das 3-Tage Exponential Moving Average sich seit mehr oder weniger Beginn des Bärenmarktes nicht einmal bullish geflippt hat. Das ist eigentlich eine relativ normale Sache für Bullen, so wie für Bärenmärkte, denn das 3-Day Moving Average ist so, in Anführungszeichen, langsam, so über einen längeren Zeitraum, dass es sich halt meistens ausgleicht, selbst wenn wir mal kurzzeitig darüber hinwegpumpen sollten, dass wir vorher wieder drunter fallen, bevor wirklich das EMA-Ribbon sich dann in die andere Richtung wieder dreht. Wir hatten das Ganze hier mal ganz kurz, als wir auf die 30.000, also wirklich mehr als 50% Verlust bei Bitcoin gesehen haben und dann nochmal unser zweites Run-Up hatten, das war eine Besonderheit dieses letzten Bullenmarktes, sonst haben wir aber eigentlich immer konstant gesehen, dass sich die EMAs auf dem 3-Tages-Timeframe nicht gedreht haben. Deswegen ist jetzt wieder natürlich die Frage, die wir uns stellen, könnte es denn jetzt sein, dass sich dieses EMA-Ribbon jetzt dreht? Man muss sagen, das EMA-Ribbon ist jetzt schon ziemlich nah wieder zusammengekommen, wir sind jetzt hier glaube ich in einer Range von so knapp 5.000 Punkten, das ist natürlich eine ganze Menge, trotzdem müssten wir nur bis knapp 22.500 hochpumpen und wären schon über den EMA-Ribbon, würde nur nicht heißen, dass es sich sofort flippen würde, aber haben wir hier schon gesehen, also es kann auch kurz drüber pumpen und danach wieder runterfallen, ohne dass sich das EMA-Ribbon flippt, aber wenn wir jetzt langsam und konstant oder zumindest seinen schnellen Pump sehen und den dann etwas halten könnten, über 20.000 irgendwo, dann könnte es gut sein, dass das 3-Tages-EMA-Ribbon auch flippen würde, was dann durchaus einen bullischen Impuls geben würde, da das normalerweise eigentlich, wie gesagt, nie passiert in den Bullen- oder Bärenmärkten in den starken Phasen, sage ich jetzt mal. Zudem kommt noch dazu, dass wir aktuell wirklich in einer sehr tiefen Bärenmarktphase sind, in einer Phase, in der wir schon lange den MVRVZ-Score, also den Scores, der sozusagen das Verhältnis zwischen Market Value und Realized Value anzeigt. Market Value ist natürlich der Bitcoin-Preis, Realized Value ist natürlich der realisierte Preis, also der durchschnittliche Einstiegspunkt à la Bitcoin und dieser durchschnittliche Einstiegspunkt ist aktuell über uns. Deswegen ist das MVRVZ-Score, das Verhältnis der beiden natürlich aktuell unter 0, also im Negativen, so gesehen. Deswegen, das ist in jedem Bärenmarkt bisher der Fall gewesen. Interessant ist jetzt natürlich, dass wir inzwischen schon eine ganze Zeit darunter konsolidieren, wir sind immer mal wieder kurz darüber hinweggebrochen, trotzdem finden wir uns an einem tiefen Punkt des Bärenmarktes. Deswegen halte ich es auch für nicht unwahrscheinlich, dass wir jetzt in den kommenden Wochen oder vielleicht ein, zwei Monaten langsam aber sicher den 3-Tages-Moving-Average auch drehen werden, weil wir dann eben den nächsten Impuls haben könnten, um diesen Bärenmarkt wirklich vielleicht endgültig zu beenden und in den nächsten Bullenmarkt reinzustarten. Natürlich gehört da noch einiges anderes dazu, der richtige Newsflow plus natürlich auch, dass die Charts gescheit aussehen und genau deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt natürlich auch an und ich gebe natürlich weiter an Liam. Okay Leute, dann auch mal willkommen zurück zur Chart-Analyse. Wir wollen uns heute auf jeden Fall nochmal den Bitcoin-Chart anschauen auf dem Daily und Oli-Timeframe, eben weil wir ja jetzt das Breakout hatten aus unserem Ascending Triangle. Also wir haben ja hier, ich hoffe ihr könnt es gut erkennen, ein Ascending Triangle mit unserer unteren Support-Linie und der Widerstandslinie von unserem untersten FIP-Level gebildet und dieses ist jetzt erstmal nach oben hin ausgebrochen und das ist natürlich erstmal ziemlich gut für den Bitcoin-Kurs, vor allem weil wir noch nicht das Breakout-Target geändert haben. Dies ist momentan bei 17.500 US-Dollar, glaube ich, ja 17.500 US-Dollar und dementsprechend könnte Bitcoin hier easy heute noch bis dorthin pumpen. Vor allem wäre es aber hier definitiv notwendig für den Bitcoin-Kurs einen Daily Candle Close über den 17.150 US-Dollar zu haben, einfach weil wir ja hier erkennen können, dass das hier ein sehr entscheidender Widerstand ist für den Bitcoin-Kurs. Eben gerade durch diese Zone hier, aber auch hier vorne wurde dieses Preis-Level schon öfter angetestet und ist somit einfach extrem kritisch für den Bitcoin-Kurs und wir müssten dieses Preis-Level auf jeden Fall mit einem Close nach oben hin durchbrechen. Und auch dann ist etwas Vorsicht geboten, denn auch vorher hatten wir hier schon den Close drüber, hatten dann zwischenzeitlich hier den extremen Breakout-Versuch, gerade auch mit den News zu den Inflationsdaten bzw. zu den Zinserhöhungen der Fed und das hat dann trotzdem nicht gereicht, um hier nach oben hin auszubrechen. Der Bitcoin-Kurs ist hier wieder abgefallen, natürlich auch wegen schlechten News auf dem Kryptomarkt, aber man muss schon sagen, das wäre hier definitiv möglich, falls wir jetzt die letzten schlechten News, sage ich, jetzt einfach mal überwunden haben und wir hier dann nach oben hin aufsteigen und auch einen guten Close haben vom Daily ist das hier durchaus wahrscheinlich, sage ich. Wir müssten natürlich auch Weekly-technisch schauen, dass hier ein Close über dieser Linie stattfindet, denn ebenfalls ist das auf dem Weekly hier auch eine sehr kritische Linie. Wo wir bis jetzt, seit wir hier runtergefallen sind, auch noch keinen Weekly-Close drüber hatten, also spätestens, wenn wir hier den Weekly-Close sehen, können wir wahrscheinlich davon reden, dass wir dann hier einen Breakout haben und wenn wir den Weekly-Close hier drüber sehen, werden wir auch ziemlich sicher bis 18.000 bzw. 18.500 schon mal vordringen. Wenn ich jetzt nochmal auf den Auli-Chart gehe, können wir auch hier erkennen, dass wir jetzt hier in den letzten Stunden nach dieser Seitwärtsbewegung hier es über die Linie geschafft haben und jetzt wäre es erstmal interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass wir so ein Szenario sehen, im Sinne von, wir gehen jetzt nochmal auf die Linie drauf, vielleicht haben wir hier auch noch eine kurze Seitwärtsbewegung und gehen dann wieder nach oben. So könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen und das würde natürlich ja auch sehr von der heutigen Daily Candle abhängen, denn wenn die Daily Candle hier oben schließt, dann haben wir hier erstmal eine recht gute Position hier weiter, bis auf die 18.000 US-Dollar zu pumpen. Ja Leute, das war es für mich mit der Chart-Analyse und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß beim Newspart mit Timo und bleibt bis zum Ende dran. Die Untersuchungen gegenüber Binance gehen in die nächste Runde. Nun hat die US-Staatsanwaltschaft die Untersuchung von verschiedenen Geldwäsche-Vorwürfen angeordnet. Dabei sehr interessant, dass Binance sich bereits zu verschiedenen Vorwürfen in einer gewissen Weise schuldig bekannt hat. Erstmals müssen wir natürlich historisch zurückschauen, was ist überhaupt passiert. Binance hat bereits im letzten Jahr sehr, sehr viel negative Kritik von verschiedenen Aufsichtsbehörden bekommen, unter anderem Japan, Großbritannien etc. waren viele verschiedene Namen, die gesagt haben, Binance muss sich um Genehmigungen, um Lizenzen bemühen und vor allen Dingen ein transparenteres Geschäftsmodell aufbauen. Dazu kam jetzt aber im November 2022, dass Binance wohl insgesamt 8 Milliarden für iranische Kunden gewaschen haben soll. Und das Ganze ist natürlich ein großes Dorn im Auge der US-Regierungen. Deshalb wurden auch eben Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, was wirklich an diesen Geldwäsche-Vorwürfen dran ist. Bisher hat man noch keine konkreten Vorwürfe. Es geht hierbei erstmal auch noch nicht um die Erhebung einer Anklage. Vielmehr geht es um die Untersuchungen, was wurde wirklich an Geldern gewaschen. Darüber hinaus ist auch sehr interessant, dass nun die US-Staatsanwaltschaft in Seattle die Vorladung von verschiedenen Investmentfirmen, also von verschiedenen Hedgefonds vorgenommen hat, die mit Binance zusammenarbeiten, um hier Aufzeichnungen über die Kommunikation der Börse zu bekommen. Und da sehen wir auch schon, was das Ziel der US-Behörden ist. Man möchte ganz klar herausfinden, wie hat diese Geldwäsche stattgefunden und wo hat sich Binance wirklich illegale Aktivitäten zu Schulden kommen lassen. Bisher, auch ganz, ganz wichtig, sind diese Vorladungen erstmals nicht zwangsläufig eine Anklage, habe ich gerade eben schon gesagt. Vielmehr geht es darum zu klären, was steckt wirklich dahinter. Wir sind natürlich gespannt, was nun bei diesen Untersuchungen herauskommt. Es wäre wirklich sehr fatal, sollte Binance in dem Zusammenhang mit diesen Vorwürfen stehen. Wir hoffen natürlich, dass sich das Ganze nicht negativ auf die Krypto-Börse auswirkt. Man muss sagen, bei der aktuellen Größe von Binance würde das Ganze wirklich größere Folgen nach sich ziehen. Wir können das Ganze aber zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht ausschließen. Deshalb Vorsicht des Weiteren geboten und wir hoffen natürlich auf einen guten Ausgang. Jedoch können wir das erst zu einem späteren Zeitpunkt sagen. Ich würde sagen, das war es jetzt soweit zum Video. Wenn es dir gefallen hat, lasst uns mal gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Jeden Tag Daily Content für euch. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns morgen zum nächsten Video sehen. Das war es soweit von mir. Ciao.